Liebe Grüße aus Lübeck und heute ist der beste Tag deines Lebens. Heute geht es um das Thema Rohkost oder Nicht-Rohkost. Das ist ja eine Frage, die sich sehr viele Menschen stellen. Viele Menschen glauben, dass Rohkost die einzig wahre Ernährung ist, weil vielleicht kennst du das Buch von Wandmarker, das war vor einiger Zeit sehr bekannt. Willst du gesund sein, vergiss den Kochtopf. Er schreibt in diesem Buch, er lebt aber nicht mehr, dass wirklich jedes Erhitzen absolut schädlich für den Körper ist. Es ist ganz interessant, es gibt im Bereich der veganen Ernährung ja ganz viele verschiedene Richtungen, zum Beispiel die Makrobioten, die sich ja auch vegan ernähren oder in aller Regel vegan ernähren, die sagen halt, dass man überhaupt nichts roh essen sollte. Oder auch, ich habe Leute getroffen, die sich nach fünf Elemente ernähren und die sagen auch, dass Rohkost also absolut tabu ist und dass alles wirklich gegart und gedünstet sein muss. Und dann gibt es wieder überzeugte Rohköster, die sagen 100% roh und alles andere ist absoluter Quatsch. Und ich selber liebe Rohkost und habe selber vier Jahre lang also 100% roh gegessen. Das heißt, zwei Jahre davon war ich sowieso in der Wildnis unterwegs. Da konnte ich auch nur roh essen, weil ich auch nichts kochen konnte. Und dann habe ich ja im Wald gelebt und habe da Gemüse und Obst angebaut und habe mich also auch komplett roh ernährt. Und war auch eine super Zeit. Also ich habe mich wirklich, ich meine, ich fühle mich jetzt auch super. Ich habe mich richtig gut gefühlt und musste kaum die Zähne putzen, weil ich keinen Zahnbelag hatte. Und das einzige, was ich damals gemerkt habe, ist, wenn ich abends halt roh esse, dass ich dann, ich habe dann eher zu Plähungen tendiert. Und ist ja vielleicht bei manchen ein Tabuthema, dass man halt nicht über sowas spricht. Aber Verdauung ist ja nun mal ein zentraler Bestandteil unseres Lebens. Und da wir ja auch Darmreinigungsprodukte verkaufen, spreche ich natürlich auch über Verdauung und Darm und so weiter. Und ich habe tatsächlich dadurch, dass ich mich entschieden habe, halt abends dann öfters gedünstete Sachen zu mir zu nehmen, wie zum Beispiel einfach gedünstetes Gemüse im Dampfkochtopf bzw. im Dünsteinsatz, ist meine Verdauung dann deutlich besser geworden. Und diese Blähungen waren dann auch weg. Und letztendlich, also meine Erfahrung ist wirklich, dass jeder, ich habe ja vorhin diese verschiedenen Meinungen genannt, die einen sagen, 100 Prozent roh, alles andere ist ungesund. Dann die, die aus der östlichen, aus der östlichen Richtung kommen, die sich auch vegan ernähren, fünf Elemente oder Ayurveda oder Makrobiotik, die in der Regel sagen, Chinesen aber auch, die in der Regel sagen, es muss alles gekocht sein. Das ist wirklich wesentlich besser, weil der Körper dieses zu viel Yin, also dieses zu viel Roh einfach nicht verarbeiten und verstoffwechseln kann. Und meine Erfahrung ist, dass wirklich beide Recht haben. Und natürlich fragst du dich jetzt, wie kann das sein? Also ich meine, diese Aussagen sind absolut diametral entgegengesetzt. Wie können jetzt beide Recht haben? Und trotzdem ist es wirklich meine Erfahrung, dass beide Recht haben. Also auf ihrer Ebene, in dieser Struktur oder in dieser Denkweise, in dieser Philosophie ist das wirklich rund. Und meine, ich habe irgendwann gelernt, ich habe ja auch noch einen anderen Beitrag gemacht zum Thema intuitive vegane Ernährung. Ich habe wirklich gelernt, ganz fein auf meinen Körper zu achten und wirklich meiner Intuition zu folgen und das zu essen, was mir wirklich Energie gibt. Und das ist tatsächlich unterschiedlich. Das heißt, um es mal die Spannung ein bisschen wegzunehmen und schon mal das Ergebnis mit dir zu teilen, was ich für mich herausgefunden habe in diesen Jahrzehnten, wo ich mich mit veganer Ernährung intensivst beschäftige, weil es ja meine absolute Leidenschaft ist und ich da mal ganz viel experimentiere. Ich habe auch eine Zeit lang nur makrobiotisch zum Beispiel gegessen, als ich in so einer makrobiotischen Gemeinschaft gelebt habe. Meine Erfahrung ist, es ist wirklich typabhängig. Ja, also welche Ernährungsform die richtig für dich ist, hängt ganz davon ab, was für ein Typ du bist. Und es hängt auch davon ab, wie stark deine Verdauung ist bzw. wie stark dein Verdauungsfeuer ist. Weil wenn du zum Beispiel eine schwache Verdauung hast und du isst nur roh, dann wirst du auf jeden Fall nicht gut damit klarkommen. Das heißt also, Menschen, die nur roh essen, die brauchen ein sehr starkes Verdauungsfeuer, damit es funktioniert. Und viele Menschen vertragen abends roh nicht oder zum Beispiel abends auch keine rohen Früchte. Und für die ist es dann wirklich besser, vorsichtig vielleicht gedämpfte, gedünstete Sachen zu essen. Und das hängt natürlich auch ganz stark vom Klima ab, in dem wir uns aufhalten. Also wenn wir jetzt hier im Winter in Deutschland sind und du würdest jetzt zum Beispiel nur Südfrüchte essen, dann kann ich auf keinen Fall empfehlen. Weil das ist einfach die falsche Jahreszeit, das falsche Essen. Und ich kenne Menschen, die das gemacht haben und die wirklich super abgemagert sind. Dass ich kenne eine Frau, die hat den ganzen Winter nur gefroren, die hat nur Obst gegessen und sah schon fast aus wie magersüchtig. Und ich habe ihr immer gesagt, das funktioniert nicht für dich. Und sie war aber so fixiert auf dieses, dass es 100 Prozent roh sein muss, dass sie lieber irgendwie super dürr war und lieber irgendwie die ganze Zeit gefroren hat, anstatt mal ihr Dogma eben zu überwinden. Und dann gibt es andere, die essen nur roh, die sehen einfach super aus. Also ich habe auch Leute kennengelernt, die sich rein makrobiotisch ernähren oder rein nach den fünf Elementen ernähren und die sahen auch wirklich richtig gesund aus. Man kann das ja sehen, fühlen und wahrnehmen, ob eine Person gesund ist oder nicht, weil man einfach die Energie des Menschen ja wahrnehmen kann. Oder auch die Gesundheit äußert sich ja auch in den Augen, im Gesicht, in der Hautfarbe, in der Ausstrahlung. Es gibt ganz viele Merkmale, wo man das sehen kann, ob ein Mensch wirklich gesund ist oder nicht, aber belastet ist. Und ja, also wenn du jetzt zum Beispiel in Asien bist, in Südamerika, in Afrika, irgendwo, wo es richtig heiß und warm ist, dann ist es natürlich viel leichter, rohe Dinge zu essen. Wobei man in diesen Ländern dann wieder aufpassen muss, dass man sich mit dem rohen Essen nicht irgendwelche Keime holt, weil der Sinn, weil es gibt ja einfach sehr viele Viren, Keime, Bakterien, die sich gerade in diesem warmen, schwülen Klima extrem vermehren. Und der Grund, warum gerade in diesen Ländern auch viel gekocht wird und auch sehr scharf gegessen wird, ist einfach, damit die Keime abgetötet werden. Und wenn du jetzt einfach roh isst, dann ist es natürlich auch ein bisschen mit einem gewissen Risiko verbunden. Das heißt, man muss da auch eben genau gucken. Und letztendlich ist meine, ja, also meine Aufforderung an dich, dass du wirklich verschiedene Dinge ausprobierst und ganz genau beobachtest, wie du dich damit fühlst. Also iss mal ganz bewusst ein Rohkostfrühstück, zum Beispiel mit frischen Früchten und Nüssen und also wirklich langsam kauen, also genau beobachten, wie fühlt sich dein Magen-Darm-Bereich an, wenn du das zu dir nimmst. Und vor allen Dingen, wie fühlst du dich danach? Und wenn du das richtige Essen gegessen hast, dann fühlst du dich danach wirklich gestärkt. Du fühlst dich kraftvoller, du fühlst dich stärker, du hast ein Wohlgefühl im Magen-Darm-Bereich und du hast das Gefühl, es war richtig, richtig gut. Und das ist natürlich ein hohes Ideal und ich weiß, dass die meisten Menschen sich nicht so fühlen, weder während sie etwas essen, noch nachdem sie etwas essen. Aber das sollten wir anstreben, weil die Nahrung soll uns ja wirklich nähern, die soll uns ja wirklich Energie und Kraft geben. Bei den meisten ist es natürlich genau das Gegenteil der Fall, nämlich dass sie nach dem Essen total müde werden und Energie verlieren. Und das ist schon mal ein klares Zeichen dafür, dass das Essen nicht das Richtige war. Und so kannst du das ganz genau beobachten. Also wie fühlt sich dein Körper, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel einen warmen Hirsebrei isst oder wenn du einen warmen Eintopf zu dir nimmst oder wie fühlt sich dein Körper, wenn du einen frischen, knackigen Salat isst? Wie funktioniert deine Verdauung? Es sind also ganz viele verschiedene Faktoren, die abhängig sind von, erstens mal, was für ein Typ du bist. Zweitens, wo du dich gerade aufhältst, also auf welchem Kontinent du bist und zu welcher Jahreszeit du wo bist. Es sind also verschiedenste Faktoren und welche Tageszeit wir haben. Ganz viele verschiedene Faktoren. Also ganz zentral ist, dass du deinen Darm wirklich ganz gründlich reinigst durch Biofilmkur, durch Amazonas Darmreinigung, damit du die Nährstoffe vernünftig aufnehmen kannst und damit du die Nahrung auch wirklich verstoffwechseln kannst. Das ist die Basis dafür, dass deine Verdauung gut funktioniert. Weil wenn deine Verdauung nicht funktioniert und du isst zu viel Rohkost, dann kann es sein, dass die Rohkost im Darm halt gärt und dass dann einfach dein Körper selber Alkohol produziert, was auch nicht so wirklich gesund ist. Und deswegen ist es halt so, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, auch sehr viele Rohköstler. Manche sehen wirklich toll aus, andere sehen richtig krank aus. Also das ist wirklich ziemlich krass, wie groß der Unterschied ist, obwohl die Menschen sich teilweise wirklich sehr ähnlich ernähren. Und das hängt einfach mit diesen Faktoren zusammen, die ich vorher genannt habe. Und wichtig ist, dass man halt nicht über den Kopf sich ernährt. Also so nach dem Motto, ich teile das mit dir, weil ich das selber alles aus eigener Erfahrung kenne. Also wenn ich früher irgendwie eine gekochte Kartoffel gegessen habe, dann habe ich mir schon angefangen, Sorgen zu machen. Weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt war es nicht roh und eine Kartoffel und gekocht und die Nährstoffe wurden zerstört, die Enzyme wurden zerstört und hatte damit richtig Stress. Also deswegen, ich habe also viele Jahre lang 100 Prozent roh gegessen, wirklich rein aus dem Kopf, weil ich davon überzeugt war, dass es besser ist. Und so war es für mich halt eine riesen Erleichterung, als ich mich dann entschieden habe, mich ein bisschen zu öffnen und auch andere gedünstete Sachen in meinen Alltag zu lassen. Und mittlerweile gehe ich wirklich, wie gesagt, nur noch nach meiner Intuition, nach dem, was sich richtig für mich anfühlt, nach dem, was sich richtig für meinen Körper, für meine Verdauung anfühlt. Und das ist letztendlich, also meine Erfahrung ist, am Anfang ist es so, dass man halt sich mehr über den Kopf ernährt. Das heißt, man liest irgendwas, man beschäftigt sich mit Theorien und sammelt erst mal ganz viel Wissen und aufgrund dieses Wissens stellt man dann seine Ernährung um und fängt dann an, sich wirklich gesund zu ernähren, nach dieser bestimmten Richtung, die man gerade toll findet. Und wichtig ist aber, dass es irgendwann weitergeht, dass du irgendwann nicht mehr das machst, was andere dir sagen oder was du in irgendwelchen Büchern liest, sondern das, was dein Körper dir sagt. Und das lässt sich natürlich auf alle anderen Lebensbereiche auch übertragen, dass wir das tun sollten, was unsere innere Stimme uns sagt und nicht, was uns irgendwelche Autoritäten erzählen, die uns ja gar nicht so gut kennen können, wie wir uns selbst kennen. Und deswegen probiere aus, experimentiere, beobachte dich. Du kannst auch beobachten, wie es dir am einen Tag später geht, nachdem du bestimmte Sachen gegessen hast. Wie ist deine Verdauung? Hast du einen guten Stuhlgang? Hast du einen festen Stuhl? Oder brauchst du irgendwie ganz viel Klopapier? Was dann wiederum eher ein Signal dafür wäre, oder ein Zeichen dafür wäre, dass die Verdauung nicht optimal funktioniert. So gibt es so ganz viele Faktoren und es ist einfach nur wichtig, dass du dich sehr gut beobachtest und wirklich experimentierfreudig bist. Und irgendwann wirst du einfach genau wissen und genau fühlen, was richtig für dich ist. Und egal, also das Entscheidende ist, dass dein Körper die Energie aufnimmt und die Nährstoffe verstoffwechselt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel etwas zu dir nimmst, was sehr viele Nährstoffe hat, aber deine Verdauung das gar nicht richtig aufnehmen kann, dein Körper diese Nährstoffe gar nicht aufnimmt, sondern der Großteil wieder ausgeschieden wird, dann nützen dir die besten Lebensmittel nichts. Deswegen ist es so wichtig, dass die Nährstoffe wirklich in deine Zelle kommen. Und das gelingt erst mal durch einen gereinigten Darm und zum Zweiten dadurch, dass du eben die richtigen Lebensmittel zur richtigen Zeit wählst. Und genau, der zweite Faktor ist, dass ja Nahrung immer Frequenz ist. Das heißt, du nimmst mit jedem Nahrungsmittel ja eine bestimmte Schwingung zu dir und die Schwingung sollte so hoch wie möglich sein. Und wenn jetzt zum Beispiel ein, wenn du ein Gericht zu dir nimmst, sagen wir ein warmes Gericht, was wirklich wundervoll gewürzt ist und schön dekoriert und was mit Liebe gekocht wurde, dann hat dieses Essen eine hohe Schwingung. Und diese hohe Schwingung nimmst du auf. Während wenn jetzt jemand lieblos irgendwas zusammenbastelt und einfach nur, du gehst in irgendein Restaurant, wo einfach super viel Stress ist und die Leute irgendwie ganz, ganz schnell irgendwelche Sachen zusammen machen und es nicht mehr mit Liebe tun, dann wirst du diese Stressenergie auch aufnehmen. Das heißt, dieses Gericht, was du dann bestellt hast, hat eine niedrige Schwingung oder eine Stressenergie und das nimmst du auch auf. Und das macht auch was mit deinem System. Und dieser energetische Aspekt, dieser Schwingungsaspekt ist aus meiner Sicht sowieso der allerwichtigste. Man könnte auch sagen, es ist der Informationsaspekt. Also die Informationen, welche Informationen geben wir unserem System? Und wir sollten unserem System immer ordnende, harmonisierende Informationen geben und keine chaotischen Informationen. Also zum Beispiel, wenn du dein Essen in die Mikrowelle stellst, dann wird die Struktur völlig zerstört und du bekommst eine chaotische Information, wenn du dieses Mikrowellenessen zu dir nimmst. Also deswegen, Mikrowelle ist absolutes Tabu. Und das heißt, es ist nicht nur wichtig zu gucken, also Bio sollte es sowieso sein, vegan sollte es sowieso sein, ob gekocht oder nicht. Das hängt von den Umständen ab, die ich schon geschildert habe. Das Entscheidende ist die Schwingung. Die Schwingung sollte möglichst hoch sein und dein Körper sollte in der Lage sein, dieses Essen möglichst gut zu verstoffwechseln. Ja, teile mir gerne deine Erfahrungen. Ernährst du dich roh, ernährst du dich halbroh? Ich selber ernähre mich hauptsächlich roh, weil ich Rohkost einfach liebe und tendiere aber auch dazu, abends eher was Gedünstetes zu mir zu nehmen, weil ich das einfach besser verdaue. Und ja, schreib mir, wie es für dich ist, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und wenn du Fragen zu dem hast, was ich gerade hier mit dir geteilt habe, dann stell diese Fragen sehr gerne. Ich freue mich drauf, sie dir zu beantworten. Und ja, dann natürlich, da ich ja, wie du weißt, Pragmatiker bin, solltest du natürlich das, was du jetzt an Informationen durch mich bekommen hast, auch sofort anwenden. Das heißt, versuch heute, dich ganz bewusst intuitiv zu ernähren. Also nicht über den Kopf, sondern und auch nicht automatisch, so ich esse das, was ich immer esse, sondern einfach mal zu gucken, worauf hast du Lust, welche Bilder kommen dir, was macht dein, was würde jetzt deinem Magen gut tun, was würde deiner Verdauung gut tun und experimentiere rum und berichte mir auch gerne, welche Erfahrungen du damit gesammelt hast. Wunderbar. Also dann bin ich sehr gespannt auf deine Erfahrungen. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, freue ich mich über dein Like. Ich freue mich auch darüber, wenn du unsere Kanäle abonnierst, YouTube und Podcast, damit wir unsere Message für eine neue, heile Welt noch mehr in die Welt bringen können, noch viel, viel mehr Menschen erreichen. Und ja, ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung und bis ganz gleich. Dein Matthias.